Die Zusammenarbeit im Team, die Begeisterung, Motivation, ist der größte Mehrwert eines richtig effektiven Verkaufens. Super, hat super viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel mitgenommen und bin super zufrieden. Sehr gut. Anwar ist total authentisch und kann einem echt mit dem Know-how, was aus der Wirtschaft und aus dem Alltag mitbringt, unglaublich punkten und extrem viel Expertise rüberbringen. Ja, ich würde es weiterempfehlen. Ich glaube, hier Vertriebler, gerade neue Vertriebler, können echt viel mitnehmen und der Start in die Karriere wird quasi erleichtert. Auf jeden Fall würde ich es weiterempfehlen. Anwar kommt aus der Praxis, hat dort extrem viel Expertise und das transportiert er. Das Thema Mindset ist für ihn sehr, sehr wichtig und bringt uns damit voran. Anwar kommt aus der Praxis und das merkt man. Das heißt, er hat nicht nur die theoretischen Skills, sondern weiß auch oder spricht auch aus Erfahrung. Also authentisch, ehrlich und eine unglaubliche Motivationsmaschine. Das macht super viel Spaß, mit ihm zu arbeiten. Sehr cool, sehr locker, aber auch direkt. Also wenn was nicht passt, wenn wo noch Potenziale sind, die noch nicht ausgeschöpft wurden, werden die klar angesprochen. Und diesbezüglich auch ein unglaublicher Motivator. Bis zum nächsten Mal.